Du bist auserwählt, das neue Bierstimm-Album wird jetzt gleich vorgespielt. Was erwartest du? Einen Schlüpper, bevor ich sag? In mir kochen zwei Gefühle, die nicht so richtig schenken. Gehört noch dazu oder bin ich zu weit weg? Soll ich ein Kostleistung zeigen, ein Teil der Masse sein? Oder bleib ich lieber faul und lebe in den Tag hinein? Bin ich wirklich schlecht, nur weil ich vieles hinabwacht? Und es ist wirklich wichtig, dass es passt, wenn ich was sag. Wer bin ich und der bei dir? Scheiß und drauf, wir feiern hier. Mit Verwerblich-Armoral, ein Teil von euch nicht ganz normal. Wer bin ich und der bei dir? Scheiß und drauf, wir feiern hier. Mit Verwerblich-Armoral, ein Teil von euch nicht ganz normal. Neulich sah ich ein Plakat und das ist nicht gelogen. Dein Gesicht als Abschreckung für Alkohol und Drogen. Dein Gesicht passt in Zeitung als Werbung für Gehacktes. In der Schule warst du Kreide holen, weil du die dritte zum vierten Mal verkacktest. Nimm dein Gesicht und geh'n, die gefällte Bummelfee. Mach die Tür von draußen zu, du dumme Kuh. Nimm dein Gesicht und geh'n, die gefällte Bummelfee. Mach die Tür von draußen zu, du dumme Kuh. Deine Eltern haben sie geraten, geh'n's weg, fangen sie neu an. In der Küche wollt' man nicht... Die neuen Pierschirmsons knallen, was sagst du dazu? Ähm, die knallen auf jeden Fall. Und macht richtig Spaß, richtig Spaß. Und macht richtig Spaß, richtig Spaß.